Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Was für ein großartiges Versprechen. Hey, wenn wir bitten, so wird uns gegeben. Und natürlich, logischerweise, wird uns Gott nicht etwas Sündhaftes geben. Wenn wir um etwas Sündhaftes bitten, natürlich werden wir das nicht empfangen. Also, schlag dazu 1. Johannes 5, Vers 14 auf. Einfach kurz aufschlagen, 1. Johannes 5, Vers 14. Wir als Christen, als Kinder Gottes, wenn wir um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, wir haben die Sicherheit, die Zusicherung, dass wir es empfangen werden. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht auf dieselbe Art und Weise, wie wir uns das vorgestellt haben. Natürlich sind unsere Gedanken nicht perfekt. Gott weiß es besser. Aber das Tolle daran ist, Gott ist ein persönlicher Gott. Wir können zu unserem Vater im Himmel kommen, ihm um etwas bitten. Gott will, dass wir ihn bitten. Und die Bibel sagt auch, so ungefähr, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Du hast etwas nicht, was du dringend brauchst. Hast du Gott schon darum gebeten? Aber 1. Johannes 5, Vers 14, das ist ein entscheidender Vers, da heißt es, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Wir haben Freimütigkeit. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört. Und Gott hört uns, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Auch wenn wir vielleicht lange auf etwas warten müssen, aus unserer Sicht lange. Aus Gottes Sicht ist es sowieso nicht lange. Denn aus Gottes Sicht ist ein Tag, tausend Jahre, tausend Jahre, ein Tag. Und Gott steht außerhalb von Raum und Zeit. Aus unserer Sicht kann es manchmal lange dauern, bis wir etwas bekommen, was wir uns wünschen. Auch wenn es eine gerechte Sache ist, um die wir gebeten haben. Aber hey, wir haben die Zusicherung. Wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten, dass wir es auch empfangen werden. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan.